In der Nationalbibliothek findet derzeit ein Schnäppchenmarkt der Superlative statt. Hier gibt es stark reduzierte Produkte von 40 Nobelmarken. Golden Caravan ist eine Karawane, die von Stadt zu Stadt zieht. Es ist ein exklusives Verkaufsevent von Designabgüten zu stark reduzierten Preisen von 30 bis minus 80 Prozent. Wir haben probiert es in einer sehr angenehmen Atmosphäre zu gestalten mit einem DJ, 10 Verkäufern, Hostessen und wir hoffen, dass es großen Anklang findet. Das Event findet von Dienstag bis Donnerstag jeweils von 9 bis 20 Uhr statt. Um Einlass zu bekommen, muss man sich registrieren. Im Vorfeld zu registrieren wäre perfekt. Das ist unter www.goldencaravan.com. Aber es ist kein Problem, man kann natürlich direkt vor Ort bei der Hostess sich anmelden. Und dann heißt es ran an den günstigen Designerstoff. Und dann heißt es ran an den günstigen Designerstoff. Und dann heißt es ran an den günstigen Designerstoff.